Ich meine, Falk, Stink, Lass, wenn ich du wäre, sagt, was ich machen soll. Jalla, schreibt in den Chat, was meine Aufgabe ist. Ein Salto. Es kann mir etwas dummer sein kommen, wenn man sagt, ich mag gefüllt alles. Jungs, es hat nichts mit mir zu tun. Obwohl schon, weil ich kann mir vielleicht mein Genick brechen oder so. Da muss ich leider enttäuschen, dass einer der wenigen Sachen, die ich leider jetzt nicht machen kann. Oh, der ist an eurer Da. Boah, Alter, den kenne ich gar nicht. Was soll das? Bruder, wie kalt ist draußen? Schon kalt. Ich hätte urgerne so einen Schal, aber ich habe halt gerne. Da machen wir meinen Soundcheck. Mach mal Burnout. Wenn ich in einem Burnout lande, lande ich wahrscheinlich in dieser Wand oder in dem Fenster. Darf ich hier rechts? Ich habe auch gleich eine Frage. Wo kann ich... Weißt du, wo ich... Wie bitte? Wo kann ich Dings machen? Was denn? Na, wie heißt es nochmal? Mir fällt es nicht da, ne? Schöne Ordnung. Vielen Dank. Es ist so unangenehm, wenn die Leute fragen, was? Nichts. Ich will nichts sagen. Lasst es euch einfach in Ruhe. Schaut euch an, wie nebelig es ist. Vorsichtig fahren. Das Ding ist, der ganze Nebel, den ihr seht, der ist auch auf dem Boden als so kleine Tröpfchen. Und das ist sehr, sehr rutschig. Dann macht nur... Ja, und dann seid ihr im Kranken. Proof, was ist so viel los, Alter. Der nächste Hampe macht fünf Hampe-Männer. Oh, Junge, warum macht ihr das immer? So, jetzt machen wir die Hampe-Männer. Wie geht das so? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter, schau, wie dreck dieses Werk ist, Alter. Mein Knie schläft schon. Wer schläft? Meine Maschine schläft. Ach so, scheiße. Ah, ich habe mich voll am Knie angehaut, Alter. Ah, mein Knie. Aufgabe check. Nächste Aufgabe. Einen passanten Arnd schreien. Mein Knie tut immer noch weh. Mein Knie tut immer noch weh. Mein Knie. Schmerzt. Ich jucke ihn einfach gar nicht, Alter. Er schaut mich an, als ob ich ein Alien wäre. Pipu, pipu, pipu. Excuse me. Sorry. Where is the Stefans Dome? This way or this way? We are in this direction. I don't know. I don't know. Okay. Yes, it's in this direction. This way? Yeah. Okay. Dankeschön. Schönen Abend. Er hat's eh schon gecheckt. Na ja, egal. Aufgabe erledigt ist Aufgabe erledigt, oder? Würde man jetzt sagen. Gib ordentlich Ravbump. Vielleicht hat ein Kollege, der hier wohnt. Hier jetzt? Ja. Die Rolls-Falls hinter mir denkt sich so, du Spaß, Alter. Ich kaufe extra dieses Auto. Ruhig. Elegant. Luxuriös. Leise. Angenehm. Mit Fahrwerk. Und dann fährt ihm so ein Arschloch vorne mit mir und macht röpumse wie diese Motor. Aufgabe ziehe deine Socken aus. Junge. Okay. Aber ich schnüffle mal dran. Riecht gut. Wie gelenkig. Ich war 2018 Gymnastikmeister in Wien. Sehr gut, dass ich einen Rucksack habe. So. Bam. Hier. Keine Sorge mehr. Es klebt dann immer alles so. Wie viel Platz ich jetzt habe. So, was mache ich jetzt damit? Dass dich einfach kriegt. Mashallah. Wenn euch die Kommentare empfehlen, dann ist ein Like, ein Kanal und ein Abo da. Tschüss.